Der Titel dieses Videos ist ganz bewusst provokant gewählt. Er trifft zwar nicht auf alle Versteigerungen zu, aber zumindest auf die, auf der ich gestern war. In diesem Video zeige ich dir, wie du zu 100% erkennen kannst, dass es sich überhaupt nicht lohnt, zu einer Zwangsversteigerung zu fahren, auch wenn der Preis und Zustand des Objektes noch so verführerisch aussehen. Mit dem Wissen, was ich heute schon habe, hätte ich mir gestern das Geld und die Zeit für die Fahrt zum Gericht sparen können. Hallo, hier ist dein Immobilien-Coach Sven Gries. Wenn du auch an Zwangsversteigerungen interessiert bist, solltest du auf jeden Fall deine Chance nutzen, jetzt meinen Kanal zu abonnieren. Wie du ja bereits aus meinen anderen Videos von Grundbuchwissen weißt, bin ich regelmäßig als Interessent und Bieter auf Zwangsversteigerungen anwesend. Wie meine erfolgreiche Zwangsversteigerung abgelaufen ist und wie die Wohnung vor allen Dingen danach aussah, als ich das erste Mal in der Wohnung war, habe ich dir ja schon hier oben gezeigt. Auch gestern hatte ich wieder so ein Objekt, wo ich dachte, Mensch, da kann ich mal wieder mitbieten. Der festgesetzte Verkehrswert war in Ordnung. Er war im oberen Drittel des Preises, den ich bereit wäre, auf dem freien Markt zu zahlen. Das heißt, es war kein Schnäppchen. Aber die Gelegenheiten zum Kauf auf dem freien Markt in dieser Gegend sind dann doch nicht so breit gesät, dass ich einfach die Chance nutzen wollte, um in diesem Objekt Fuß zu fassen. Die Wohnung, die ich mir da ausgesucht hatte, war zwar vermietet, aber der Mietpreis war ganz in Ordnung und das Ganze hätte sich so gerade getragen. Die Banken hätten auch mitgespielt, das konnte ich schon aus der Erfahrung heraus sagen, dass das alles optimal gelaufen wäre. Nachdem ich mich näher mit dem Objekt beschäftigt habe und die Prüfung dann positiv verlaufen ist, habe ich natürlich auch die Sicherheitsleistung an die Landeskasse überwiesen. Das war leider ein großer Fehler. Warum war das ein Fehler und warum kann ich aus heutigem Stand, aus der heutigen Sicht sagen, dass ich diesen Fehler nicht nochmal begehen werde? Ich habe eine Sache nicht gemacht, die eigentlich zur ordentlichen Prüfung solch eines Objektes dazugehört. Ich bin nicht zu Gericht gefahren, habe mir nicht das Gutachten angeguckt und wusste natürlich auch nicht, wer betreibender Gläubiger ist in dem Verfahren und an welcher Rangstelle er im Grundbuch steht. Das war ein kapitaler Fehler. Aber spulen wir nochmal ganz kurz zurück. Du weißt ja, dass wenn du ein Objekt prüfst, das du ersteigern möchtest in der Zwangsversteigerung, du die Möglichkeit hast, dir das Gutachten, wo der Verkehrswert drin festgesetzt wird, bei Gericht anzuschauen. Normalerweise mache ich das auch, aber da der Kaufpreis noch sehr gering war, im Vergleich zu sonstigen Immobilientransaktionen, dachte ich, ich schaue mir das Gutachten dann einfach vor Ort an und hatte darauf gehofft, dass keine Überraschungen zu finden seien. Wie wir jetzt wissen, gab es wohl eine Überraschung, weil was du auch unter anderem unbedingt prüfen musst, damit du nicht den gleichen Fehler machst, den ich dann gestern gemacht habe beziehungsweise das Gleiche dir widerfährt, was mir widerfahren ist, ist, dass du schauen musst, wer ist betreibender Gläubiger in dem Zwangsversteigerungsverfahren. Der betreibende Gläubiger ist derjenige, der sagt, hey, ich will mein Geld haben, also wird jetzt dieses Objekt zwangsversteigert. Der betreibende Gläubiger muss aber nicht an Rangstelle 1 seiner Grundschulden im Grundbuch stehen. Du musst also auf jeden Fall auch gucken, welche Grundschulden sind letztendlich im Grundbuch eingetragen. Der Fehler, der jetzt gestern passiert ist, war einfach, dass dieser Gläubiger an Rangstelle 3 stand. Das heißt, vor ihm waren noch zwei Gläubiger, die dann letztendlich vorher bedient werden aus dem Verkaufserlös, wenn es denn zur Versteigerung kommt. So wie es aussah, war die ganze Geschichte sowieso geplant vom Eigentümer und das alles ein abgekatertes Spiel. Denn der Eigentümer war absolut clever und diese Möglichkeit war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Er hat nämlich auf seinen eigenen Namen eine Grundschuld auf seiner Immobilie eingetragen. Wir nehmen an, die Immobilie hat einen Verkehrswert von 100.000 Euro auf dem freien Markt. Jetzt wird jeder normale Gläubiger sagen, okay, ich trage maximal 100.000 Euro auf dieser Immobilie als Grundschuld ein. Der Eigentümer hat aber was ganz anderes und cleveres gemacht. Anstatt diesen 100.000 Euro, die jeder normale Gläubiger eintragen würde als Maximum, hat er eine Viertelmillionen eingetragen. Er stand ja an Stelle Nummer 1 im Grundbuch. Das heißt, er steht mit seiner Viertelmillionen an Stelle 1. Dann hat er aber auch nochmal nachgelegt, nochmal 50.000 Euro draufgelegt, an Stelle 2. Das heißt, mit insgesamt 300.000 Euro stand er nun im Grundbuch eines Objektes, das 100.000 Euro im freien Wirtschaftsverkehr wert ist. Jetzt überleg mal, es wird ja niemand hingehen und 300.000 Euro für eine Immobilie zahlen, die nur 100.000 Euro wert ist. Gut, sagst du, jetzt ist es eine Zwangsversteigerung. Da ist es ja auch egal, wie viel die wert ist. Nein, ist es eben nicht. Weil, wie gesagt, an Stelle 1 und 2 stand der Eigentümer. An Stelle 3 im Grundbuch kam erst der betreibende Gläubiger. Das heißt, der Erlös aus der Zwangsversteigerung würde zunächst an Stelle 1 fließen, auf diese 150.000 Euro, beziehungsweise 250.000 Euro. Danach würde die 50.000 Euro befriedigt werden und danach erst der betreibende Gläubiger. Natürlich hat niemand auf dieses Objekt geboten, denn selbst wenn du nur einen Euro auf solch ein Objekt bietest, bleiben ja die Grundschulden an Stelle 1 und 2 bestehen. Die kaufst du mit. Das heißt, du kaufst dann oder bezahlst dann letztendlich einen Euro plus Gerichtsgebühren plus 300.000 Euro für den Eigentümer. Also totaler Wahnsinn. Der Eigentümer weiß also, dass sein Objekt nie und nimmer in der Zwangsversteigerung versteigert werden wird. Normalerweise würde auch kein normaler Gläubiger solch ein Verfahren anstrengen und es würde normalerweise auch gar nicht zu so einer Zwangsversteigerung kommen. Hier war es aber das Land NRW, das einfach per se dazu verpflichtet ist, seine Forderungen einzutreiben und nachweisen muss, dass Forderungen eben nicht einzutreiben sind, dass es nicht möglich ist. Dann werden diese abgeschrieben. Nach dem Verfahren jetzt gestern wird die Forderung natürlich auch abgeschrieben. Aber um es zusammenzufassen, ist es einfach für dich wichtig zu sehen, wer ist Gläubiger, an welcher Rangstelle steht er im Grundbuch und welche Verpflichtungen bleiben letztendlich im Grundbuch bestehen. Wenn du schon von vornherein siehst, dass genau solch eine Konstellation vorliegt, brauchst du gar nicht erst die Sicherheitsleistung an die Landeskasse zu überweisen und damit deinen Eigenkapitalbestand für einen gewissen Zeitraum. Du kriegst das Geld ja irgendwann zurück, diese Sicherheitsleistung, aber das dauert natürlich auch ein Stück, ein bisschen. Das brauchst du gar nicht überweisen und kannst dir somit deine Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, für andere Objekte aufheben. Okay, heute bin ich natürlich auch schlauer und weiß, dass ich auf solche Objekte gar kein Auge mehr werfen werde und natürlich auch aufpassen werde. Nach wie vor fahre ich nicht für jedes einzelne Gutachten zu Gericht, sondern nutze eine andere Möglichkeit. Es steht immer die Ansprechperson bei Gericht mit in der Veröffentlichung des Zwangsversteigerungstermins. Frag einfach bei dieser Person telefonisch nach, ob Rechte bestehen bleiben im Grundbuch nach der Versteigerung und ob es sich dann letztendlich auch lohnt, dort mitzubieten. Diese Möglichkeit besteht für alle Interessenten und du solltest durchaus von der Möglichkeit auch Gebrauch machen. Das spart eine Menge Zeit und eröffnet dir natürlich auch die Möglichkeit, dich auf andere Objekte zu konzentrieren und in der Zeit einfach Geld zu verdienen, in der du dann letztendlich deine Zeit für dieses Objekt geopfert hättest. Insgesamt muss ich einfach sagen, dass mir diese Möglichkeit, eine Zwangsversteigerung passiv zu verhindern, vorher gar nicht bewusst war und ich deswegen auch super dankbar bin, dass ich gestern in diese Situation gekommen bin, um dir heute davon berichten zu können. Letztendlich muss jeder für sich selbst wissen, ob es gut ist, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, denn letztendlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, warum es zu einer Versteigerung kommt. Die erste ist die Teilungsversteigerung, also Eigentümer im Grundbuch, wenn mehrere Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind, sind sich diese nicht einig, was mit der Immobilie geschehen soll und einer der Eigentümer oder mindestens einer der Eigentümer ist wahrscheinlich der Meinung, dass dieses Objekt verkauft werden soll. Auch da hast du oft sehr, sehr schlechte Karten. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Eigentümer, der im Grundbuch eingetragen ist, Schulden hat, beziehungsweise, dass eine eingetragene Grundschuld bedient werden soll. Die muss ja auch gar nicht vom jetzigen Eigentümer stammen, diese Grundschuld. Wie wir ja gerade gesehen haben, letztendlich würdest du die ja auch mitkaufen. Genau das Gleiche kann dir auch im freien Verkauf passieren. Da musst du unbedingt aufpassen, dass du keine Grundschulden mit übernimmst. Dienstbarkeiten ist eine andere Geschichte. In WEGs musst du diese eigentlich immer mit übernehmen. Das sind Dienstbarkeiten für Leitungsrechte und Versorger und so weiter und so fort. Solltest du meinen Kanal bis hierhin noch nicht abonniert haben, empfehle ich dir unbedingt, von dieser Chance Gebrauch zu machen und auch die Glocke zu drücken, damit du immer up-to-date bist rund ums Thema Zwangsversteigerung. Ich freue mich, dich in meinem nächsten Video begrüßen zu dürfen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, dein Immobiliencoach Sven.